Hallo Leute, hier ist Graf Darko. Ich begrüße euch zurück zu Until Dawn. Ich wollte eigentlich gestern schon weiter machen, aber nein, ich dachte mir, es ist vielleicht ein bisschen schlecht, wenn ich mehrere Parts untereinander mache. Okay, wir sind hier mit... Matt! Genau, vergessen wie er heißt. Mit Matt, ein paar haben wir schon verloren, ein paar Charaktere. Das heißt, ich muss ja ein bisschen die Umgebung besser beobachten, weil sonst habe ich das Problem, dass ich hier eventuell einiges verfehle oder verpasse und das wäre scheiße. Und wir verrecken hier noch mehr. Ich würde gerne versuchen, so viele wie möglich am Leben zu lassen. So gut wie es geht eben. Ist gar nicht so einfach, ist gar nicht so einfach. Ich denke, der... Ja, mal wieder ein schöner Schrei. Oh, da ist was. Oh, ein Totem! Oh, ein Totem! Oh, ein Totem! Sag mir was! Ist das Mike? Verlust. Ist das Mike? Der verbrennt? Könnte sein, oder? Ist er nicht eh der einzige Kerl mit ihm, der noch übrig ist? Ich weiß es nicht so genau. Oder lebt noch ein anderer. Aber... Aber der Psycho-Doc hat sich echt komisch benommen in der letzten, äh... Im letzten Part. Ich fand das sehr weird, was der so gesagt hat, was der so von sich gegeben hat. Also... Ich find's ja faszinierend. Also... Ich denke mal, dass wir... bald an einem sehr interessanten Punkt gelangen sind. Gerade hab ich einen ziemlich spannenden Punkt hier erwischt. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich was übersehen könnte, theoretisch gesehen. Weil hier ist, äh... Ah, Jufa! Jufa! Sorry, meine Katze macht hier gerade... Scheiße, okay. Steht noch alles. Danke, Jufa! Äh... Vorlaufen. Verstecken hat letztes Mal nicht geklappt, also laufen wir weg. Ja, da ist es schon. Komm, 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 komm! Ohja... Okay, hat toll funktioniert, das Vorlaufen. Oh, Scheiße! Okay. Ach du... Heilige... Ja, einfach durch. Das sollte klappen, oder? Ich riskiere mal was. Ich riskiere mal was. Oh mein Gott! Oh... Oh... Okay, gut. Nicht mal fünf Minuten und schon haben wir noch eine Person verloren. Ist das nicht geil, oder? Ist ja herrlich! Ist ja wunderbar! Es funktioniert ehrlich richtig gut gerade. Okay. Klettern, klettern, klettern! Gott, jetzt muss ich hier bergsteigen, oder was? Gar nicht unsicher, was sie macht! Äh... Drumherum klettern natürlich. Ich will gerade auf das... Ich will gerade auf das... Ah, das sieht sehr gefährlicher aus, ey! Ich hasse diese Quicktime-Events. Die gehen mir so auf den Keks. Was? Haben wir es? Wir haben es nicht. Aber fast. Jawoll! Ach! Aha! Okay... Es ist ähm... Ich denke, viel gibt es hier nicht mehr. Ich muss es irgendwie schaffen, hier wegzukommen. Ich... Ich versuche mich hier nochmal umzuschauen, aber irgendwie finde ich... Nichts. Also was wir wissen ist, dass die... Beiden... Schwestern da... Wohl... Zu diesen... Viechern geworden sind. Die Frage ist nur... Beziehungsweise nur die eine zumindest. Weil der eine wissen ist, weil die ja so ein Tattoo hatte. Und das hat der... Äh... Josh ja erkannt. Ich weiß nur nicht so genau wieso. Weil das ja aufgrund von Kannibalismus und sowas... Äh... Zurückzuführen ist. Das heißt, die muss... Irgendeinen... Angefressen haben. Ich weiß noch nicht wen und wieso. Das muss irgendwie... Einen Grund haben. Ich weiß nur nicht welchen. Und das wird wahrscheinlich bald herauskommen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein True Ending gibt oder sowas. So... Wo jetzt sag ich mal alle überlebt haben. Oder so einen Scheißdreck. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Ach du Schande. Das wird dann nix hier, oder? Ich sollte gucken, ob ich irgendwo ein... Ach... Das wird dann nix. Die Viecher können schwimmen, verdammte Scheiß. Die Viecher können schwimmen. Ich habe in den letzten Kommentaren... In den letzten Video habe ich mir in den Kommentaren ein bisschen gelesen. Das ist scheinbar... Also ich scheinbar ein paar Dinge vergessen. Aber es lag wahrscheinlich daran, weil ich... Äh... Nicht... Mehr... Schon ne Weile nicht mehr gespielt habe, sag ich mal. Wie zum Beispiel, dass diese... Wendigos ihre Opfer... Perfekt nachahmen können und sowas. Und das habe ich wohl irgendwie verpeilt. Das habe ich total verpeilt, ganz ehrlich. Und... Ähm... Dass... Ähm... Ich vielleicht ein... Dieses... So ein Tagebuch finden hätte können. Oder sowas. Wo irgendwas drin stand, dass ich sozusagen... Äh... Was er Josh gerettet hätte. So. Genau. Aber gut. So. Jetzt kommt es halt wie es kommt. Und jetzt muss ich halt da durch. Ich muss halt da durch irgendwie. Und hoffen, dass ich diesmal... Nicht versage. Ich glaube, da geht es schon wieder los. Da wird schon wieder losgehen, oder? Äh... Ich pack mir nice. Ich konnte meine Taste erkennen gerade. Ich weiß nicht, wie hier sind es so fucking schnell? Schwuppdabob! Ich... 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 Oh Gott. Du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Stimmen, was ich immer krie- Hey! Katze! Lass das. Denk nicht mit meinem Traum daran, Süße. Naja... Ja ich... Ich weiß auch, was du vor ist. Verze Pompe. The same Katze, wie letzte Mal bei Dragon Quest Builders. Bei Dragon Quest Builders. Uh... Na, kann man so sagen. Alles klar. In den Keller, ja, ja. Keller ist immer gut in solchen Games. Okay, wo bin ich denn gerade? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach Gottchen, ich hasse das. Ich weiß nicht. Ich hasse dieses Haus, ganz ehrlich. Dafür laufe ich mich immer ewig. Warte mal, war der Keller nicht da hinten? Ich glaube, es ist doch hier hinten. Ja, genau, hier. Geh mal ruhig vor, Mike. Du kennst den Weg. Ich nicht. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Daran will ich gar nicht denken. 20 Prozent. Nichts, ich weg hier. Los, 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 los. Lauf! Oh, shit! Ich frage es, ob das gut war. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war ganz okay, oder? Wow, hi. Nicht bewegen, oder? Er bewegt einen verrückten Muskel. Lauf doch weg. Machen die hier einen Revierkampf, oder? Was geht ab? Holy shit! Wenn sie sich gegenseitig ausschalten, ist es auch... Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Tu das nicht. Du stirbst dabei, Junge. Ich habe es gesehen. Du wirst dabei sterben. Du wirst dabei drauf gehen. Lass sie sich so gegenseitig umbringen. Wenn die sich gegenseitig umbringen, ist es auch gut. Oh, oh. Verdammt, was soll ich tun? Ich muss Mike retten, oder? Was? Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe keinen Millimeter bewegt. Ich habe nichts getan. Nein. 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 Ich habe mich nicht einen Millimeter bewegt. Ich schwöre es. Mike, lauf raus da. Ich hätte zum Schalter rennen sollen, aber dann wäre Mike verreckt. Das heißt, egal was ich getan hätte, irgendeiner von den beiden wäre verreckt, glaube ich. Es wäre scheißegal gewesen, was ich getan hätte. Das ist vollkommen zerstört. Morgen. Ah, so eine Scheiße. Ich sehe da etwas. Morgen wollte ich dann, oder? Gut, wir gehen runter. Oh. Mama mia. Was, das ist was? 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 Da fehlt doch noch was. Ha? Okay. Ja, zeigt mir, wen ich alles umgebracht habe. Und vor allem wie. Damit ich diese Schande nochmal über mich ergehen lasse. Oh Gott. Das ist nicht das Ende? Also mein Ende sozusagen? Es gibt ja noch ein anderes. Es gibt ja verschiedene Endings, ne? Ich glaube, ich... Ich weiß gar nicht, wie viele Endings es gibt. Ich denke, wenn alle überleben, ist es wahrscheinlich das richtige Ende, oder? Oder? Aber mir fehlt doch noch was. Was ist denn mit Matt geworden? Was ist denn mit dem passiert? Der hat überlebt, oder? Hat Matt überlebt? Ich weiß es nicht. Ja, es tut mir leid. Gott, zeigt mir bloß meine ganze Schande. Schon viel auf dem Gewissen, muss ich sagen. Der alte Mann. Ich... Ich kann ihn gar nicht beschreiben. Ich meine... Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Na ja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein. Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. So, ihr werdet jetzt von der Polizei befragt. Da. Und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Ja. Und... Ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Eine Schuss-Runde. Was? Schuss-Was? Geht es ihr gut? Hä? Wir fanden Ihre Leiche mit einem Einschussloch im Kopf. Ach so. Uuuuh. Nein. 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 Das ergibt... Das ergibt keinen Sinn. Das war jemand anders. Nicht, Emily? Ach, das war Emily. Oh, der wird in den Knast kommen oder was? Nein. Dann haben Sie mit mir Schluss gemacht. Okay. Okay. Sie müssen verstehen. Diese Dinge... Es war... Okay. Es war verworren. Und... Und... Ich glaube, der ist kaputt. Nicht nochmal. Der ist total kaputt. Sie waren wütend. Nein. Ja, ja. Aber nein. Okay. Okay. So war das nicht. Wie war es dann, Michael? Sie war... Sie war infiziert. Okay. Und... Und... Und wir dachten... Ja, das glaubt dir keiner. Das glaubt ihm keiner. Was sollte ich denn tun, oder? Ich... Ich musste sie stoppen. Und... Ich musste es verhindern. Die Verwandlung. John schalf uns. Und dann... Fuck, Mann. Dieses Ding. Okay, der... Vendigo. Er kam da aus dem Dunkeln und hat... Ich weiß nicht. Ich hörte Schreie. Ich bin abgehauen. Wofür sollten wir beide drauf gehen? Auf der einen Seite stimmt das. Wow. Das war... Interessant. Interessant... Wie sich das entwickelt hat. Also... Ich hätte beinahe gedacht... Da kommt jetzt mal der richtige Plot-Twist. Weil dieser Psycho-Doc hat irgendwie gerade überhaupt kein... Kein... Keine Sache gesagt. Oder irgendwas... Es gab da nichts. Und ich überspringe das, weil ich diesen Song nicht hören will. Und ich nicht so viel bezahlen will. Äh... Okay. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, warum dieser Psycho-Doc da überhaupt... Eine Rolle gespielt hat. Was der überhaupt für eine Rolle gespielt hat. Und so weiter und so weiter. An sich... Muss ich sagen, das Spiel ist ganz okay. Es ist aber nur okay. Wir haben ein bisschen... Ich weiß, dass es Game of Klischees war auf Bord. Darum geht es eigentlich gar nicht. Wir haben so ein bisschen... Es ist wenig Gameplay. Weil es ist eher... Man guckt sich eine Art Film an und dann drückt man ab und zu mal Quick-Time-Events und bewegt sich ab und zu mal nicht. Ich hab mich nicht bewegt vorhin, ich schwöre. Aber... So ein wirkliches Spiel ist das eigentlich nicht. Eigentlich. Es ist eher eine Art Film, wo man seine eigene Entscheidungen trifft, sozusagen. So eine Art interaktiver Film. Genau das, was ich gesucht habe als Wort. Ich weiß nicht so genau, wie es gekommen wäre, wenn jetzt alle überlebt hätten. Das weiß ich nicht. Wenn das passiert wäre... Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal durch oder so. So Just for fun. Irgendwie so random. Aber ich... Keine Ahnung. Naja. Das war Until Dawn. Das war wirklich interessant. Schreibt es mir in die Kommentare. Was vielleicht passiert wäre. Was der Psychodoc vielleicht noch so im Hinterhand hatte. Ich bin... Ich würde es gerne wissen. Ich würde es gerne wissen. In diesem Sinne. Vielen Dank. Für... Dieses Spiel. Für... Dass ihr dabei war. Dass ihr es mitverfolgt habt. Und in diesem Sinne. Ich bin Graf Darko. Das war der letzte Part von Until Dawn. In diesem Sinne. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 12. Einen besseren Weg. Sag ich jetzt mal. Geht. Als FF... Ähm... 10. Weil ich... Ich weiß nicht so genau. Ich hätte irgendwie so ein paar kleine Probleme. Das FF 10 wirklich ernst zu nehmen auch. Weil... Ich weiß auch nicht wieso. Ich... Ich hatte irgendwie so ein paar... Kleine... Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau.